Oh, Larry Boy, deine Hosen sind so riesig. Wegen den Pampers, Larry, weißt du? Das sind solche Widerlinge, Alter. Das ist halt... Guck dir die Scheiße an. Unährenhafter geht's wirklich nicht. Beide bei mir. Oh, und das Spiel bleibt stehen, wenn ich jemanden kille. Na, geil. Oh, Berlin, die haben wir kaputt gemacht. Okay. Was war das für ein Flash? Ich flash short und gehe wieder in mein Pidchen rein. Wir haben viel zu tiefe Furchen gezogen mit unseren Nüssen. Oh, einer short. Der geht wieder zurück. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, short. Ja, hat Ultra einen Headshot gefressen. Alter, warum stirbt der nicht? Boah, die hat er genascht. Oben, Palace. Aparts, meine ich. Ist das dein Ernst? Hast du immer noch mit der Bistokale? Vielleicht tags? Ja, der andere, wie gesagt, Aparts, müsste low sein. Den kannst du easy umhusten. Ja, ich gehe gerade hinten, Epps rein. Ich springe aber nicht auf Parkour. Ich nehme den langen Weg. Short ist er. Er gibt mir noch einen Header mit seiner, was ist das? Mit der Pidu, mit der Pidu Fettie. Ich überlege gerade, ob ich auf, upgraden soll die Waffen oder ob ich bei der MP5 bleiben soll. MP5 ist schon ein gutes Ding, oh yeah. Ich glaube Palace wieder, äh, Aparts. Um Gottes Willen, man, bin ich behindert? Ich habe einen Schlaganfall irgendwie. Oh, ich schucht, ich schucht. Alter, ich glaube, ich habe hier mit der MP5 mehrere Headshots hintereinander gegeben. So, pum, pum, pum. Na, dass du nicht aufstocken, hat sich gelohnt. Jetzt habe ich nämlich so ein Icky. Ich habe mich nicht gesehen, ich bin ein Absol. Okay. Dann nöde ich direkt den Aperinis rein. 3, 2, 1, go. Da kommst du schon. Nooich. Hauptsache im Warhammer, ich bin ein Icky. Ich bin smoked, ich werde gesmoked, ich flashe short und gehe close ran. Ach, das war deine. Haha, scheiße. Short nichts. Sperr, was machst du? Weißt du, ich fahre Sektor Alpha. Das ist smoke. Imbound. There's a fucking enemy in bed, my dude. Uff, alter, uff, hör auf. Beine weggeschossen, du hast gesehen, wie er so, uff, weggefallen ist. So muss es. Ich sehe an, ich bin smoked. Nichts gesagt, einfach so, oh fuck, ich merke das nicht. Und dann einfach voll drauf ins Bett. Smoked off. I'm smoked off, sir. I must retreat. Echt? Sure? Nate kommt. Nate, Nate, Nate. Achtung, Nate. No, 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 no. Sorry. Nur noch, weißt du, nur noch 5 AP. Ist der noch ganz sauber? Konk. Well, hello, Medi. What the fuck, Alter? Jetzt hab ich weggewischt. Meine Güte, der trifft aber gar nichts, ey. Oh, nein, oh, ist schon da, ist schon da. 47 in 3. Easy Pistol. Das GLHF, das bringt einfach immer. Das bringt uns immer den Sieg. Pass auf, jetzt fressen wir. Jetzt machen sie einfach einen Draw. Hey, hey. Oh, 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 oh. Alter, genau, weil der ist schon da. Schade. Ich gehe abwärts. We're gonna get wrecked right now, Medi. Oh, 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 oh. Einer ist down in short. Wir können, wir könnten draufgehen und legen. Er ist on spot. Du kannst legen. Ich hab den. Slash. Yo. Ich hab, der ist eh weg. Ich hab, der geht short. Pass auf. Naja, ist immer noch long. Lass ihn ruhig rauskommen. Lass ihn ruhig closekommen. Skrrrrrrrrr. I can't believe how Knubbien this Knubbs are. Oh, Balin, du hast recht, Alter. Upbreak 2 Extreme. First Supreme. Der erste Supreme ist wieder im Start. Sehr schön. Balin hat einfach recht. Immer ein, zwei Games. Aber jetzt muss halt auch der Globellini direkt Randini beim Bini reinkommen. I wonder how, I wonder where. Yesterday, uh, suck on the blue, blue, at where. Vielen, vielen Dank, meine Patreons. Und vielen Dank an alle Zuschauer. Ihr seid amäusin. cenk stuff. Danke dann, danke dejmer. Schrei, schreie, schreie, schreie... I'm everywhere. Ugh. Bye. Vielen Dank.